Hallo Freunde, wir spielen heute wieder Warface, euer Lucky Larong ist hier und heute spielen wir nicht Multiplayer, sondern ich spiele mal Kurt das Medic Tutorial. Sie ist jemand gestorben und den können wir jetzt wiederbeleben, weil das kann ein Midi. Diesmal ist der Dion auch dabei, aber nur in Skype. Hallo Dion. Ich pernt. Ich hoffe, Skype hat bei euch eine annehmbare Tonqualität. So, aber, darum geht's hier nicht. Continue pressing 5 until the difficulty is selected. So, ähm, so, jetzt hab ich dir den. Okay. Da kann ich viel passieren. Also, ich glaub, ich versteh nicht ganz, wie das funktioniert. Hier, film mal die an. Wie geht das? Nein, nein, nein. Ich drück, ich hab 5 gedrückt, jetzt hab ich das Midi-Kit. Wenn ich ihn jetzt anklicke, passiert nichts. Ja, das war scheiße. Den totalen. Ach, komm schon. Mach mich nicht. Ja, meine Ahnung. Ich hab mal mal gemacht. Ich hab hier, meine Ahnung, meine Ahnung, was überhaupt passiert. Da steht Approach your teammates, heißt. Ja, geh hin. Ja, ja, ich bin ja bei ihm. Ja, du musst, keine Ahnung, ich probiere Reichslingstück, keine Ahnung. Wenigwas ausbrechen zu nützen. Wenn ich draufklick, dann bewegt sich das so ein bisschen, aber das... Dann hab ich keine Ahnung. Ja, Leute, bis mir herf... Ich versteh nicht ganz, was er von mir will. Geld. Ah, den Defibrillator, okay. So. Wo ist denn hin? Verschwunden. Okay, da geht's rein. Ich muss eine Explosive planten. Explosive. So, jetzt setzen wir nochmal C4 hin, da Bretter in den Luft fliegt. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch... Oh, nee, das explodiert von selber. Au. Oh, das heißt, ich kann mich selbst wiederbeleben. Die Framerate, ne? Ähm, bei Lilo, wie... Was hast du da eingestellt? Ah, okay. Entschuldigung, bitte. Beim, ähm, den Recorder-Dings. Was hast du alles eingestellt eigentlich? Ähm, ich hab da jetzt gar nichts eingestellt, außer... Ah, da, nee, was noch. Okay, okay. Ja, übrigens, weil ihr das bemerkt habt... Oh, 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 da ist ein Kämpfer. Okay. Ich hoffe, das Cap kann nicht wieder... Also, bei einem Medic spielt man mit einer Shotgun. Oh, und die muss auch leider jetzt wieder nachladen. Ja, boom! Die hält mich jetzt schon längst. Dion spielt anscheinend auch. Ich bin kurz gemütet. Okay, Dion ist kurz weg. Natürlich darf ich jetzt nicht böse über den reden, weil er kann mich ja noch hören. Nein, ich würde nie über den Dion böse reden, nicht wahr, Dion? Naja. Jetzt müssen wir runter. Die Straße, ihr habt's ja gehört. Also, falls euch das aufgefallen ist, ich benutze jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm. Und jetzt sollten die Videos in einer eindeutig besseren Qualität kommen. Also, wie komm ich da durch? What the fuck? Ah, okay, jetzt hab ich's. Hier kann man so durchlaufen. Ui! Ich find's lustig, wenn man Waffel-Stade setzt, dass einer mit nerftig B. Ah, okay, das ist cool. Man kann's leider und schießen gleichzeitig. Hast du das nicht gewusst? Na ja, ich hab' nicht gewusst, wie's funktioniert. Ja, ich hab' nicht gewusst, wie's funktioniert. Ja, ich hab' mich halt. Ich mag dich gar nicht. Oh, warte voll. Ah, Pistole. Ähm, ich sag' mir auch. Also, wir müssen zum Helikopter. Oh, das war's schon. Na ja, jetzt wisst ihr, wie das Medik-Tutorial aussieht. Ja, wir haben's geschafft. Gut, Leute. Das war's auch für diese kleine, zusätzliche Folge. Heute kommt hier noch eine andere. Jo, ich würd' sagen, haut rein und das war's.